Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf diesen komischen Song komme. Ist irgendein Schlagerscheiß, ne? Ich höre überhaupt keinen Schlager. Egal, ich habe hier noch englische Obsidian Flames Booster Pack. Ja, der hat uns letztens Glück beschert. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal einen Dragoran. Ich bin jetzt gar nicht mehr so gierig, weil ich habe meinen Jurat gezogen. Ich weiß auch nicht, ob ich mir noch weiter Obsidian Flames Packs kaufe, weil, ja, weil ich halt schon das Jurat habe. Ich habe zwar nicht das Jurat gezogen, was ich wollte, aber... Ja, ich kann die jetzt auch aufreißen, weil ich auch genug Packs habe jetzt. Weil ich habe in meinem Ordner habe ich quasi noch die Booster Packs reingetan, die Hüllen davon. Get rid of the Code-Karte, get rid of the Pflanzen-Energy. Feuer-Energy. Na, mal gucken, ob wir wieder ein Xerox kriegen oder ein Ante oder Mike. Ja, guck mal jetzt mal. Wir bekommen auf jeden Fall Rhyme. Finde ich eigentlich auch besser den Namen als Etta, weil das halt ein Wortspiel ist, ne? Wegen Hip-Hop und so, ne? Rhymen und Hip-Hop. Ihr kennt's. Ja, haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ach, den habe ich auch nie... Piss dich, Alter. Geh einfach weg. Piss dich, so. Potrot. Weiß ich nicht, ob ich das schon habe. Search your deck for a basic Pokémon, put it into your bench, and then shuffle your deck. Wow, toll. Ein einziges basic Pokémon. Don't go up in this next turn. It takes 30 less damage from attacks. Yeah, apply weakness. Blablabla. Egal. Aber ein schönes Atem, muss ich sagen. Sieht ein bisschen depressed aus. Es guckt irgendwie... Vor allem das Spiegelbild. Ja, guckt sein eigenes Spiegelbild an und chillt da in irgendeiner Höhle. Eigentlich ein cutes Mon. War, glaube ich, auch ganz gut in Gen 2, ne? War das Steinwasser? Ich weiß es nicht mehr. Frag mich nicht. Ah, den habe ich auch viel zu oft gesehen. Oh, ein Glutex, so. Cooles Art irgendwie, dass er in dieser Schneestadt rumgammelt. Wo übrigens hier, Hannah, Arena-Leiter... War das die Arena-Leiterin? Ich weiß es nicht. Ja, wer kennt's nicht? Ja. Reverse-Tolo. Sorry, wenn ich ein bisschen sprachlos teilweise bin bei dem Puls. Aber, wie gesagt, noch ein Toxel. Auch Reverse-Tolo. Und jetzt kommt der Big Hit, Leute. Seid ihr bereit für einen Big Hit? Oh, oh, ein Stern. Ein Sichlor. Egal. Vielleicht haben wir morgen noch Glück. Ich habe ja noch ein paar Booster-Packs. Aber, wie gesagt... Äh, Sichlor sage ich schon. Scherox meine ich natürlich. Ja, cooles Artwork. Aber den habe ich wirklich... Weiß ich nicht. Bestimmt schon sieben oder acht Mal gezogen. Schade eigentlich. Also, bis auf hier Trainerkarte ist eigentlich nichts Geiles drin gewesen. Okay, Glutexo ist vielleicht auch cool, falls ihr euch ein Obsidian Flames, äh, Crystallize, Glurak, ähm, Deck macht. Dann habt ihr auf jeden Fall ein Glutexo da drin. Und, ähm, 70 Attack ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Hm. Hm. Egal. Äh, liken, teilen, abonnieren, äh, abonnieren, äh, läutet die Glocke, kauft alle, äh, Pokémon-Franchise-Produkte. Keine Ahnung. Ne, wie gesagt. Also, Obsidian Flames bisher so echt... So alle 20 Packs kriegst du eigentlich... Sagen wir, alle acht Packs kriegst du vielleicht eine Full Art. Oh, ich sollte die, ich sollte die Ecken hier nicht so abkriegen. Egal, genug gelabert, äh, teilen, abonnieren, liken, ein gewisses, äh, gewisses Job.